Sarkozy, ich habe Neuigkeiten zu erzählen. Ah oui Merkel, c'est quoi? Ich weiß, warum Rui Gabriel die geheime Welt offenbaren wird. Au sérieux? S'il vous plaît, dites moi tout. Meinst du nicht es seltsam zu sein, alle in Kisten? Oui, mais... Weißt du, warum? Non. Seine Frau, Melissa, entdeckte er mit einem Nachbarn gewesen war, bei der Käse stecken, und legte seinen Koffer an der Tür. Mon Dieu, c'est à cause de cela, alors que nous sommes sauvés. Uff.